Hallo und willkommen wieder hier auf unserem Kanal. Wir wollen heute etwas das Gewächshaus vorbereiten. Das werden zwei Teile werden das werden. Und den ersten Teil, den machen wir jetzt einmal mit euch. Wir wollen soweit alles winterfest machen. Und wenn wir einmal reinschauen, dann sehen wir schon, dass die Tomaten noch im Gewächshaus sind. Hinten sind noch Gurken, die allerdings nicht mehr Früchte dran haben. Wir haben einige Tomaten, die sind noch am Blühen. Aber das Klima, das ist einfach zu kühl jetzt hier. Wir werden jetzt sämtliche Tomaten rausreißen und den ganzen Bewuchs rausnehmen. Und im zweiten Teil werden wir dann Kompost einbringen und gucken, dass wir das fürs nächste Jahr vorbereiten. Wenn ihr Lust habt, bleibt einfach dran. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Dann nehmen wir mal als erstes sämtliche Tomaten ab. Hier haben wir noch eine kleine Rot, die können wir direkt essen. Sämtliche grünen Tomaten werden wir jetzt abpflücken und dann zum Nachreifen mit ins Haus nehmen. Samen von den einzelnen Tomaten haben wir uns schon genommen, um die nächstes Jahr wieder zu vermehren. Aber wir werden auch einige neue Sorten ausprobieren. Unter anderem von einem anderen Gartenkanal sehr schön hervorgehoben und die mich echt begeistert haben und die mich beeindruckt haben, ist das Ochsenherz. Diese großen Tomaten, die möchten wir nächstes Jahr auf alle Fälle auch probieren, anzupflanzen. Und da werden wir uns dann zu gegebener Zeit auch noch Samen besorgen. Und vielleicht habt ihr ja die eine oder andere Bezugsquelle, dann schreibt sie uns auch unten in die Kommentare rein, dass wir da schöne, samenfeste Samen uns besorgen können. Richtig schöne, große Tomaten an sich, aber es fehlt da einfach, das ist ja irgendwie die Sonne und die sind bei uns nicht richtig geworden. Wir haben eine ganze Menge geerntet. Das, was jetzt hier noch wächst, das schafft es einfach nicht mehr, reif zu werden und deswegen werden wir die zum Nachreifen ins Haus nehmen. Ich bin gespannt, wie der Geschmack dann ist. Ich denke nicht so wie im Hochsommer, dass die echt von der Geschmacksintensität so lecker waren oder werden dann, wie die einmal waren. Aber da lasse ich mich überraschen. So, das ist doch eigentlich gar nicht so eine kleine Menge. Schade nur, dass die nicht alle rot geworden sind, bzw. gelb. Wir haben ja auch eine gelbe Sorte, die ist eigentlich schon fast reif. Die lassen wir nur noch ganz kurz, ein, zwei Tage im Haus und dann können wir die auch schon essen. Jetzt geht es dann daran, die Pflanzen auszureißen. Wattenschein muss werden, eigentlich eine schöne Pflanze habe, die Zeit ist um, leider wird das nicht für uns. So, das ist ja. Das war die letzte Pflanze und ich zeige euch gleich mal das leere Gewächshaus. Das sind unsere verbleibenden letzten zwei Gurkenpflänzchen. Gurke war dieses Jahr nicht so besonders. Also da hatten wir vielleicht, ich weiß nicht, wenn es hochkommt, also wenn es hochkommt, hatten wir acht Gurken. Und das war nicht so überrauschend dieses Jahr. Da müssen wir uns was anderes einfangen lassen. Bis nächstes Jahr, ich denke, ich werde die Gurken und Tomaten trennen aus dem Gewächshaus. Ich werde mir da was anderes einfallen lassen. Vielleicht ein zweites Gewächshaus nur für Tomaten oder ein Tomatenhaus. Und hier im Gewächshaus dann Gurkenpflanzen bzw. vielleicht auch Pervoron, die Paprika mit reinsetzen. Das weiß ich noch nicht ganz genau, da muss ich mir immer noch Gedanken machen, wie wir das machen. Weil, wie gesagt, zum Rauschen war die Ente hier nicht und lag teilweise daran, dass wir die Spinne drin hatten. Da haben wir auch ein Video gemacht. Ich verlinke euch das mal hier oben in der Infobox. Und hatten sie dann behandelt zwar die Gurken, aber das ist nicht wirklich was geworden. Das ist ja mehr. Na gut, so ist das halt manchmal. So sieht das Gewächshaus jetzt aus. Leer. Also da werden wir jetzt dann noch einiges weiter vorbereiten. Das war der erste Teil, wie wir das Gewächshaus leer räumen. Da hinten haben wir noch ein paar Utensilien drin, die kommen natürlich auch raus noch. Und dann werden wir hier so einiges anders machen nächstes Jahr. Im zweiten zeige ich euch dann, wie wir Kompost einbringen, wie wir Dung einbringen und dann alles fürs nächste Jahr vorbereiten. Wie gewohnt, wenn es euch gefallen hat, kostenlos abonnieren, nicht vergessen, schreibt uns was in die Kommentare. Empfehlt uns weiter, schreibt uns Anregungen, Tipps, Rat, wenn wir weitergemachen sollen. Ansonsten sage ich Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal.